So Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Wulbel-El-Bake, ihr habt schon gesehen, ich habe ein Global gemacht, das Jormi mussten wir ganz kurz entfernen, weil wir da eine Kleinigkeit noch am fixen waren, also ein Mini-Bug, also Mini-Mini und ja, irgendwie nehme ich immer dann auf, wenn irgendwas gemacht wird, aber ein Global-Message tut es auch, einfach nochmal fragen, dann kriegen wir auf jeden Fall schon eine volle Runde hin. Und ja, wir spielen auf einer neuen Map, nämlich Tetris Level 100, es gibt ja bei etwas und ja, es gibt eine neue Map, dank an Hype-Selling, ich möchte mal munkeln, es gibt bald wieder ein schönes Wul-Battle-Update, ein richtig geiles Wul-Battle-Update, das kann ich mal wieder sagen, das heißt, ich werde, wie viele, viele wünschen sich wieder ein letztes Jahr Wul-Battle und ich habe auch wieder drauf Lust, das heißt, nach dem Update wird man ein bisschen wieder Wul-Battle gesuchtet, das heißt, mal wieder ein paar Aufnahmen, etc. Dann könnt ihr euch drauf freuen, so, also sind wir schon bei 40, ja, wie immer, ich habe jetzt hier mehr Wul-Bomb und Ener-Perle und Double-Jump, das ist ja so bei mir Standard und ja, nee, nee, warte mal, Voted Tetris Level 100, ich lasse die mal das Voten auch, so, ja, mal Spam hier, damit das auch jeder sieht. Ähm, ja, so in Worten, ja, da ist es die Map, sehr schön und ja, also, dann wollte ich eine kleine Info noch sagen, wir suchen wieder Architekten, das heißt, ja, wir haben ein paar Ideen, Vorstellungen, die wir umsetzen wollen und das heißt, wir haben wieder die Architektenbewerbung offen gemacht, wir hätten die ja jetzt sehr lange geschlossen und ja, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir sie wieder aufmachen, also, das heißt, alle, die sich wieder Lust haben, können sich bewerben, denkt dran, es wird keine Bewerbung angenommen oder überhaupt angesehen, wenn ihr keine Bilder, dazu schreibt, was ihr gebaut habt, das gleiche gilt dafür, wenn ihr eine Bewerbung macht mit Bildern, welche ihr nichtmals gemacht habt, ähm, gibt es Ärger, weil ihr müsst spätestens am Vorbau-Server es sowieso bauen, das heißt, bevor ihr euch deckt, dann müsst ihr auf dem Vorbau-Server einen eigenen, was bauen und ja, wir sind full, sehe ich gerade, dann können wir auch einfach mal starten. So, ja, das ist hier die Map und ja, auf jeden Fall, das ist ein halt riesiges Tetris Blöcke, ich finde die Map sehr cool, das ist was anderes, aber ich denke, mein Lieblings-Map wird Bad Boss bleiben, einfach weil es die Standard-Map ist, aber ich spiele eine Shader, ich weiß, es sieht schon nett aus, so, vielleicht mache ich ihn gleich mal aus, weil ich hier nebenbei PvP mal störend, na komm, sehr schön, so, jetzt müssen wir noch da hoch und dann haben wir eine schöne Posi, so, zack, 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 so ein OG Plus nervt mal wieder, das ist bei Wull-Battle-Bick leider immer so, das muss man ignorieren, heißt lang nicht, dass die hacken, sondern, ja, das ist, äh, nur, kann natürlich sein, aber das ist ja gar nichts damit dazu, Wull-Bomb, guckt euch mal, wie viele das Spieler sind, was die Wull-Bomb, und dann, pam, so, ja, es dauert ja noch ein bisschen, haben wir hier einen Wollespawner? Ne, leider nein, also müssen wir ein bisschen vorsichtig umgehen mit meiner Wolle, so, ja, das Wull-Battle-System an sich wird auch ein bisschen geändert werden im Update, äh, ja, dazu gehe ich gleich noch ein, auf jeden Fall, denkt dran, wie gesagt, Archive-Werbung, ähm, es wäre optimal, wenn ihr schon über 14 seid, also, Ausland bestätigen, regellogisch, aber normalerweise solltet ihr ein gewisses Alter vorweisen, äh, ich glaube, die Bumme war nicht gut, oder? Doch, die hat getroffen, so, wir müssen jetzt, ich mache den Shader trotzdem aus, er stört mich ein bisschen, BVP, so, da sehe ich Bodo, glaube ich, und dann hier eine Wull-Bomb, Wull-Bomb ist immer schön, ah, der liegt aber kacke, ich hoffe, ne, da geht nichts kaputt, okay, da kam eine Wull-Bomb, so, liegt die gut, oh, kacke, was hier, und, bam, da kommt, fall mal runter hier, oh, da ist eine hochgekommen, oh, lol, habe ich Lucky Shot noch gemacht, zack, komm, ja, der hat den getroffen, der sollte runter sein, so, wir haben drei Kills, immerhin, so, wir, oh, das ist ja ausgeglichen, sehe ich gerade, zack, zack, ja, ich finde immer Wull-Battle-Bigs immer sehr schön, und, ja, sonst, so eine Archive-Werbung, ähm, Stil, welchen ihr baut, das ist meistens, wie gewünscht, hier so, eher so, Mittelalter, altertümlich, Stil und sowas, wenn ihr natürlich auch anders baut, das ist natürlich immer was anderes, kacke, ei, 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 damit ich runtergefallen, gut, dann kann ich hier sammeln, mal direkt, achso, das ist mein Gig, achso, ich bin rot, nein, ah, nein, ich hatte keinen Double-Jump, Mist, 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 guck mal, meine Enderpelle noch irgendwo landet, fahm, mal hier, so, ja, wir liegen da ein bisschen hinten, mit vier Kills, aber das jetzt ist nur noch, oh, das sind vier, ja, das gleich ist immer so abwechselnd, oh, welcher Idiot baut meinen, den Weg da ab, sowas, welche Leute mag ich gar nicht, ach, du Scheiße, sind das viele, und gesaved, scheiße, na, Mist, was sagt man, ich tut mir leid, Grüße an Beißweiß, schön, ich kann leider nicht immer welche zuhren, ein paar Kills hier gemacht, fünf Stück habe ich, nicht meine Bestleistung, aber auch nicht die schlechteste, bei Wullbattle Big ist immer so abwechselnd, manchmal hat man einen Run und manchmal verkackt man einfach, die Sachen sind Massen, und dann macht man mal ein paar Gutes, Leute, wie er mich direkt ist, ah, Mist, die habe ich zurückgebrochen, ah, nee, die hat man getrunken, ah, Mist, 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 ich habe keinen einzigen runtergebrochen, das ist immer bitter, wenn man sich einen Massen da stellt, da muss man eigentlich mindestens einen runterbekommen, ich denke, ich werde mal hochgehen und versuchen, in deren Base zu kommen, wir fühlen sogar jetzt gerade wieder gut, das ist ein ziemlich Kopf-an-Kopf-Rennen, so, zack, 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 ja, zum Update, da wird sich einiges ändern, erst mal werden neue Perks kommen, einige, einige, sehr viele einige, also nicht nur ein, zwei, sondern fast das Doppelte da nochmal, das gilt für Passive und für Active, das wird sehr cool, ich werde noch nicht sagen, was die Perks so können, das ist so eine kleine Überraschung, also, die sind auf jeden Fall nice, also, ich habe das schon getestet, natürlich hat Heipzig auch wieder ein paar neue Maps gebaut dazu, ein paar Maps geupdatet, das heißt, überall sind dann mehr Wolle-Spawner, also, das wird wirklich hammer, cool das Update, also, da freue ich mich tierisch drauf, so, wir haben hier überlebt, müssen wir mal gucken, wo wir hingehen, ah, nice, so, haben wir uns gerettet, gut, damit es ist ein unglaublich knappes Rennen, 2-11, das wird jetzt echt eine knappe Angelegenheit, so, damit hat Blau keine Leben mehr, das heißt, wer jetzt runterfliegt, ist raus, das heißt, ich muss den Kollegen hier runterhauen, der schnallt schon hier, dass wenn er jetzt runterfällt, da hat er seinen Double-Job nicht genutzen sollen, so, da haben wir schon zwei Blau raus, jetzt müssen wir aber selber aufpassen, wir haben auch keine Leben mehr, so, ja, aber ich muss mal gucken, jetzt bei No-Tru-Plaster, dass es mal weg ist, weil das, ja gut, der Shit ist jetzt nicht essentiell, aber trotzdem, das ist unnötig, oh, kacke, oh mein Gott, nein, 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 das liegt so an extra Leben noch, das heißt, dann wird ja wieder respawned, da muss ich mal gucken, warum bin ich draußen, weil es kein Leben mehr gibt, ähm, Scoreboard Bug, der Spectator-Modus, also, das Scoreboard Bug, der Spectator-Modus, so, sind so Kleinigkeiten, die dann geändert werden noch, und, so, ja, wenn ihr, wie gesagt, Wulbert Elspick spielen wollt, die Sache ist, man kriegt nie genug Spieler zusammen, ihr braucht gar nicht in Lobby, es bin, ihr müsst abends gucken, äh, jeder YouTuber hat Rechte auf Join.me, das geht auch noch, dann wieder heute Abend, und, dann müsst ihr einfach einen Chat an, dann steht da so ein Skin-Kopf, und dann meistens wird Wulbert Elbig gemacht, und ganz, ganz spät ist, das heißt, unter 100 Leute, dann geht auch Bad Wars, achtet einfach auf die Message, oder ich schreibe es im Global Chat, die alle hier haben es ja mitbekommen, aber, ihr könnt auch nicht in YouTuber dazu swingen, ihr macht es natürlich, wenn ihr es Lust hat dazu, so, gut, es wird immer weniger, mal gucken, die Sache ist halt, dass wirklich, ich tippe mal, so ein paar mehr blaue, würde ich jetzt einfach mal sagen, hm, welches Team waren wir nochmal, ich glaube wir waren rot, oder, ich glaube ja, also ja, sorry, ich achte heute nicht, aufnahmen ja nicht im Chat, das sind echt spannende Fights, hier hat er es raus, ja, aber ich lebe hier noch, also ich gucke hier gerade noch zu, so, mal gucken, ich, ich, ich glaube, oh, Team Law hat ein extra Leben bekommen, oder, oder, ja, das Skorbot bugt, wie gesagt, Rumspektator muss wahrscheinlich, zeigst was falsch ist, was gar nicht wahr ist, Architekt weiß Russland, so, ja, Link zum Forum ist, by the way, auch in der Linken, also in der Beschreibung, da könnt ihr euch Architekt bewerben, ich glaube, Moderatoren, Bewerbungen sind offen, ich weiß es nicht, kann auch sein, also da müsst ihr gucken, aber Architekten werden momentan gesucht, also wir wollen wieder 1, 2 dazu holen, das heißt, viele fragen immer wieder, jetzt ist eure Chance dazu, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch immer da am Laufen halte, aber natürlich hat immer der, der den Besten kann, der auch im Forum aktiv ist, und so, jetzt sind wieder nur die Hälfte, da kämmt einer gut, aber wenn er einmal getroffen wird, dann wird ja alles weg, zerbersten, so, und ich glaube, Rot war ich, Team Rot war ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, nochmal, ja, ich war Team Rot, WE, einfach nur WE schreiben, Team Rot, Team Rot, ich glaube an euch, so, weiß also nicht, ob das so interessant ist, das ewig zuzugucken, sonst mache ich einfach einen Cut, wenn es wieder spannend wird, mal gucken, ich mache einfach einen kurzen Cut, dann seht ihr, wenn nur noch ein paar leben, so, jetzt wird es langsam spannend, es leben nämlich insgesamt noch drei blaue, und ja, ich habe die eigentlich hauptsächlich gespottet, da ist der erste, der seine Enderperle gerade fehlt, dann, wo ist der hier, der Kollegin, dann ist er, ja genau, da ist noch einer, und dann der dritte, dritte, wo war der dritte, da unten, genau, also, das wird jetzt spannend, mal gucken, wie das hier endet, ich wünsche natürlich, so, dann ist er, ist er raus, oder schafft er es noch, ne, der schafft es nicht mehr, der wird vorher raus sein, ja, der ist schon raus, ja, und er hat ja auch gar nicht getroffen, das heißt, es leben noch zwei Stück, einer ist dort oben, der ist natürlich der unangenehmste wahrscheinlich, mal in den ranzukommen, ja, es schießen alle Pfeile, aber die kommen nicht hin, ich kann natürlich jetzt, gemein sein, ich muss, warte, ich, ich kann nicht widerstehen, Camper, mal gucken, wenn er nochmal dahin geht, na komm, wenn er da, wenn er da jetzt ab, einen Block gemacht, da ist jetzt zu schwer, warte mal, ich kann, wenn ich ihn hier abbaue, dann kann er, wird er nicht richtig runterfliegen, so, nur noch den Camper, ja, ja, oder andere ist anscheinend raus, Mist, haben wir Zuschauer geschlagen, kann ich ja auch, wie alle hier vor dem stehen, mal gucken, ich könnte, soll ich jetzt machen, ich weiß es nicht, schreib es in den Kommentaren, ob ich es machen soll, hier gibt es zwar keinen Sinn, aber, hm, hm, ja komm, wir gucken jetzt erstmal noch zu, wir sind eben noch 5 Stück, meiner Sälfte, also der hat sich ja wirklich schon extrem verkämpft, und, oh, der trifft gut, also der, der, die fliegen gut, die Pfeile, es sieht nur so aus, als ob die Zuschauer, ihr habt es ja gerade gesehen, der trifft den schon, das ist sicher gefixt worden, vor langer Zeit, ja, deswegen, das sieht hier dann auch, seltsam aus die Pfeile, als wäre das ein Zuschauer, da rein, fügt Checker in World Games ein, stimmt mir, eigentlich auch eine coole Idee, hm, mal gucken, wir beobachten das jetzt einfach nochmal kurz, ja, die Pfeile sind echt gut, muss ich sagen, von so weit weg, der hat ihn nochmal getroffen sogar, das ist echt, Hammer, das ist ja, ja, nice, ja gut, der hat sich ja nicht wegbewegt, der hat sich ja nicht weg, oh, der hat sich in der Luft sogar getroffen, Hex, nein, bestimmt nicht, er hat sich auch nicht wegbewegt, das heißt, ja, da unten ist er jetzt, jetzt soll es einfach werden, mal gucken und zack, oh, da ist einer noch runtergeflogen, oder, anscheinend hat er noch Enderperler geworfen, weil er so rüber sich teleportiert hat, mal gucken, da kommt der, da kommt der erste Gegner, und, oh, da kommen alle, da kommen alle, der hat ja keine Chance, oh, da haut er sogar noch einen runter, oder, hat er sich gerettet, Enderperle in die Wand rein, ja, hat er sich gerettet, und, ist er raus, ja, da fliegt er, und gewonnen, nice man, mein Team hat GG, immer auf jeden Fall nice, ja, ich hoffe, euch hat diese, äh, rückleine Runde gefallen, und die neue Map, schreibt eure Kommentare, zu, was eure Lieblingsmap ist, ich muss sagen, es ist immer noch Bad Wars, weil das immer so, Standard ist, wie gesagt, falls ihr das sucht, Wulberg ist hier, aber sonst eine volle Runde, ist gerade Loading, weil es ja gerade Ingame war, eine volle Runde so, zu bekommen, ist einfach, unmöglich, also da braucht man schon, sonst fragt ihr, ihr könnt natürlich nicht, nicht nerven, aber ihr könnt natürlich einen YouTuber, einfach mal nett fragen, das heißt, wenn ihr irgendeinen seht, Multi, Kalle, keine Ahnung, irgendeiner ist immer da, dann könnt ihr mal nett schreiben, Halbzilling, der spielt auch gerne, oder einen Dev könnt ihr auch fragen, ey, habt ihr mal Lust, irgendwo in der Google-Battle-Big, ihr könnt es ja fragen, ob es einfach nur einen Comment eingeben und lieben, da hat man auch bestimmt ein paar, sagt ihr, dann ist es auch nein, also, ja, gut, dann habe ich soweit alles gesagt, und dann sehen wir uns morgen wieder, morgen gibt es ein schönes Video, ein kleines Gewinnspiel, und ja, nach kurzer Zeit schon wieder, die Oster-Wend-Auflösung kommt auch bald, da gibt es aber was anderes zu gewinnen, und ja, folgt euch drauf, also kleines Oster-Geschenk noch, und ja, sehen wir uns dann morgen, tschüss!